Ach Ubisoft, was war das jetzt eben? Na gut. Mal Camps, um mal zu helfen hier, wenn wir schon zu spät in die Runde reinsteigen, hier. Ok, die haben oben die Camps scheinbar weg. Ja Konsolenfang ist weg und das ist weg. Ah Shit. Er drohnt, also er liegt am Boden oder er liegt, oder hat gelegen. Ich würde nicht pieken. Er drohnt. Das war ein Gottverdammter Bait. Wo war das? Ah, rechts war jetzt, ne? Schönes Ding. Das hat er schön gemacht. Hm. Das haben wir schon. Ich mag, wenn sie nicht gerne Duckepies spielen, aber hier habe ich eine große Rüste. So. 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 Okay. Ich habe irgendwie Lust auf eine Hot Preach. Ich habe einen Schwer, einen Schwer. Oh, nein. Okay. Es könnte besser sein. Ähm, da war noch ein Dock. Der war rechts weg. Da war das Rook. Da halte sich jemand hoch auf jeden Fall. Kommt rechts. Crouch kommt da, also Hocke. Der Moment, die sind wir zuerst von, die die gar nichts machen können, sind wie in alle gepusht hätten. Gar nicht. An einer verlassenen Komponente entgegen, natürlich. Weil die gar nichts machen können. Haben sie einfach wirklich dumm, haben sie wirklich dumm von uns. Haben sie wirklich dumm gemacht. Hier hat mich worauf witscheln. Hm, kein End. Ich will nicht die ersten G-Häste immer spielen, ne? Mal gesagt, ja. Ich hätte gar nichts machen können. Also, wenn wir noch vier Gegner sind. Wenn sie verteilen sich, ging es um mich, dass ich ihn irgendwo raus kann. Das ist das Erste. Aber die gehen einfach objective und chillen. Weil, vier Leute objective, hast du keine Chance. Wenn sie aber alle killgeier werden und sich verteilen, dann hast du echt eine Chance. Genau, das ist passiert. War ein killgeier. Ich denke, es ist mal dreist. Ich bin jetzt mal dreist. Komm. Jetzt sterbe ich auch gleich. Hier ist der Hund. Nein, Mann. Juppie! Oh, das hat er schön gemacht. Das hat er schön gemacht. Schön die Black-Eis-Tarnung und die Nase reiben. Ja, ne, ist klar. Ich probier jetzt mal, ob ich noch ein Black-Eis ziehen könnte. Ich probier jetzt mal, ob ich noch ein Black-Eis ziehen könnte. Ich hab' aber eh nix. Ich guck mal noch auf dem Packs. Ich hab' noch zwei. Dann hab' ich noch ein Black-Eis zu ziehen hier. Das 2nd Account hab' ich kann nicht mehr bald 50 holen, das mach' ich dann noch bald. Aber erstmal, wenn ich jetzt hier guck' hab' ich jetzt hier endlich einmal ... Na komm' schon dann. Dann guck' wir mal Black-Eis ziehen. Da hab' ich sieben Alpha-Packs. Ich hab' immer Black-Eis mit dabei. Das ist jedenfalls echt ganz cool. Ich kochen mir jetzt, wie hier für 200.000 ist. Das ist so viel wie das ein Operator ist. Das ist echt der Hammer. Ich mach' das trotzdem. Und dann gehen wir jetzt mal dort, wo wir sie öffnen können. Das ist nicht meine Locker-KD. Das sieht man hier immer nicht, ne? Ich sehe eine LKD im Rang, das kommt hier. Ja. Mach' mal erstmal einfach weg, würde ich sagen. Natürlich weiß. Und natürlich hässlich. Das ist immer so deprimierend. Weiß. Und hässlich. Und was kommt jetzt? Weiß. Ich traurig. Ich traurig eh. Ich traurig eh. Also echt. So komm. Oh, 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 wir letten. Okay, man freut sich. Es ist episch, man auf der Blätter. dann sieht man sowas, sehr nett, ist klar. Aber die Zehn von Stauden haben sie doch mal voll gelohnt, würde ich sagen. Na, das haben wir nix mehr. Machen wir das ein Lerger, machen wir nie wieder alles. Äh gut, sind wir stolz auf den Diamond. Ich bin sehr glücklich darüber. Gut, ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.